hallo und erst mal dankeschön dass das video eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer neuen folge von rv computer mein name ist der stefan ich fange jetzt mit der serie an heute bringe ich euch mal bei wie man benutzer namen benutzerkonto auf windows vista und windows 7 einrichtet ist eigentlich gar nicht so schwer ihr klickt einfach hier unten auf start klickt entweder hier oben auf euer bildchen oder macht das ganz ausführlicher weil ganz ausführlich über start systemsteuerung und geht dann hier oben auf benutzerkonten wenn ihr dies dann habt mal ein bisschen kleiner habt ihr hier auswahlmöglichkeiten können kennen wird erstellen das bild ändern kann man machen wir können jetzt zum beispiel hier entweder einfach von diesen von dieser schallplatte auf zum beispiel das fenster ändern einfach auf bild ändern klicken oder doppelklick auf das bild oder ihr sagt nie die windows eigenen bilder gefallen mir nicht dann können die hier einfach nach beispiel bildern suchen ne nach beispiel bilder nicht dann könnt ihr einfach nach bildern suchen die euch gefallen und könnt ihr dann als eigen nehmen ihr könnt ja klar gerne auch euer gesicht dafür nehmen spricht nichts dagegen so hier können jetzt wie gesagt ein kernwort und so weiter und so fort erstellen hier könnt ihr auch euren kontotyp ändern das wäre zum beispiel jetzt ein administrator oder standard benutzer ich bin jetzt hier vorzugsweise administrator weil sonst könnte ich euch solche dinge nicht unbedingt zeigen und ja wie richtig denn jetzt eigentlich ein neues konto ein klickt einfach hier auf anderes konto verwalten normalerweise werdet ihr dann auch noch irgendwie gefragt wollen sie fortfahren oder so dann sagt ja wie ihr sehen könnt habe ich schon drei accounts oder drei konnten und zum einen hier meinen mein tutorial account man normalen account und das gastkonto das seit windows xp schon mit an bord ist kann ich auch euch mal sagen was es ist also das gastkonto das kann jetzt hier aktivieren dann kann sich auch ein gast einloggen er kann dann nicht auf eure dateien gucken hat automatisch standort rechte und für alles was man hat was man installieren würde oder so bräuchte er eine klaren rechte beziehungsweise wenn die beiden administrator konnten kennwort geschützt werden wie meine jetzt nicht sind können könnte er nur mit erlaubnis oder mit dem passwort eines administratoren programme oder systemeinstellungen vornehmen also programme installieren oder andere einstellungen vornehmen wenn ihr ein kumpel da habt über längere zeit und eben nicht unbedingt also so ein konto einrichten wollt aber ihr sagt für was brauchen ich brauche ich dem konto einrichten oder wenn eure eltern mal an pc wollen oder so können ja den einfach das gastkonto aktivieren also solltet ihr das schon davor machen dann können nämlich eure eltern auch mal an den pc weil zum beispiel bei mir war es lange zeit so dass meine mom keinen eigenen computer hatte und somit musste es halt immer zu mir ran und ich war auch schon öfter überlegen ob ich hier nicht so ein gastkonto einrichte weil welcher tini oder jugendlicher magisch wenn die eltern einmal auf dem account rum schnüffeln hatte ich zum glück nicht so weil kurz danach hat sie ja ihren eigenen pc oder ihr netbook gekriegt wie richtig jetzt aber trotzdem ein neues konto ein neues konto ein neues konto erstellen einfach da unten draufklicken dann werdet ihr hier gefragt benennen sie das konto und wählen sie ein kontotip aus dieser name wird auf der kom-seite und auf dem startmenü angezeigt jetzt könnt ihr den nutzer zum beispiel ever for computer nennen und jetzt werdet ihr auch noch gefragt standard benutzer oder administrator also ein standard benutzer also was standard benutzer kann die können den großteil der software verwenden und Systemeinstellungen ändern soweit dies keine auswirkungen auf andere benutzer beziehungsweise die sicherheit des computers hat sprich er kann ordner erstellen ordner umbenennen so lange sie bei ihm auf dem desktop oder in seinen eigenen dateien sind er kann jetzt nicht im bereich der lokalen festplatte c irgendwelche dateien ändern zum beispiel ich kann jetzt hier einfach auf computer gehen lokaler datenträger c und kann direkt auf die c festplatte neuen ordner erstellen kann standard benutzer nicht brauchen admin password für und ist natürlich kann ich hier auch wieder und ein administrator brauche ich nicht viel dazu sagen er hat einfach alle rechte und dann drunter steht auch noch administratoren haben vollzugriff auf den computer und können beliebige erinnerungen vornehmen basierend auf den benachrichtigungseinstellungen werden administratoren möglicherweise zum eingeben ihres kernworts und zum bestätigen der ausführenden aktionen aufgefordert bevor sie erinnerungen vornehmen die auswirkungen nennen auf andere benutzer haben so dann kann man sich ja entscheiden wenn ich doch wenn ich doch hier der vater bin dann will ich doch die atmen rechte haben und mein sohn soll mich doch schluss fragen irgendwas installieren will oder so dann sagt die standard benutzer wenn ihr jetzt aber sagt hier er kann ruhig atmen rechte haben und man pc machen das ist böse gesagt aber ist halt so dann können die sagen administrator so ich mache das jetzt mal nicht beziehungsweise ich richte jetzt noch einen standard benutzer ein wie gesagt den mv computer sagt standard benutzer das soll jetzt haben wir hier automatischen bild ausgewählt das ist zufällig jetzt wenn ich sag dieser user oder dieser benutzer sollte jetzt noch ein jugend schutz trainer an weil er soll nie er soll mein junges soll mir nicht unbedingt auf bestimmte seiten gehen hier im internet ich nenne jetzt einfach mal schwarze seiten dann könnte ich ja klar auch noch sagen jungen ich verzeihen richten jetzt hat meckert hier windows noch für mindestens ein administrator konnte wurde kein kennwort festgelegt bla 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 ja ihr seht hier zwei computer administratoren die wir auch sehen könnte kein kennwort haben das liegt auch daran dass ich eigentlich kein kennwort brauche und windows halt jetzt nur sagt ja du brauchst ein passwort weil wenn du kein administrator passwort hast dann kann der der standard benutzer hier mit jugend schutz einfach dass ich bei dir einloggen ohne den jugend schutz entweder dann ganz einfach raus machen oder ganz einfach über den benutzer im internet surfen und kommen dann trotzdem wieder auf jede seite so dann wählen wir jetzt hier den standard benutzer aus dann sagen wir nö ich möchte jetzt mal kein passwort erstellen hoffen wir mal damit es geht macht er jetzt mal was so jetzt sind wir hier im bereich jugend schutz standardmäßig ist der jugend schutz deaktiviert also aus wenn wir jetzt aber sagen unser kind oder die person der benutzer sollen jugend schutz haben das einfach klar ein jetzt können sind diese icons nicht mehr grau sondern sie haben mittlerweile farbe bekommen und sind aktiv jetzt können wir hier zum beispiel zeitlimits einstellen das heißt Wir können hier sagen der user kann mir den ganzen montag ran er kann auch dienstag komplett ran und mittwoch aber donnerstag will ich jetzt nicht freitag darf auch nicht ran und so jetzt könnte er immer ran jetzt kann ich aber sagen okay mein kind darf montag bis freitag nur ab drei uhr ran und dann bis 22 uhr Weiß bedeutet dass es zugelassen ist könnt ihr auch hier unten sehen und blau ist blockiert das heißt diese user können sich jetzt nur zwischen 15 und 22 uhr an pc einloggen was dann genau passiert nach ablauf der zeit das habe ich noch nicht probiert werde ich aber nächste zeit mal testen und euch dann bescheid geben so was anderes wäre zum beispiel hier der punkt spiele kann man sagen dieser benutzer darf spiele spielen ja nein dann kommen hier zum beispiel auch spiele freigaben einstellen die meisten spiele jetzt zum beispiel landwirtschaft simulatoren als dummes beispiel ist er von microsoft zertifiziert das heißt dein betriebs das betriebssystem weiß dann okay das spiel ist ab 6 somit kann man auch dem jugendschutz sagen alle spiele die ab 6 in davor spielen und spiele die ab 12 sind davon nicht installieren es gibt es auch eine reihe von von spielen die solche einstellungen nicht nicht mit liefern für die muss man die dann extra einstellen dieser spieler darf aber alle dieser benutzer darf aber alle spielen und hier kann man dann auch noch sagen wie gesagt wenn es da oben mit dem fsk oder usk heißt es ja ne freiwillige selbstkontrolle fsk hier werden dann die mann die ganze spiele auf gelistet die auf dem pc installiert sind und den jugendschutz auch zulassen es gibt auch spiele die sagen einfach jugendschutz warum soll ich das in meinem spiel einbringen braucht doch eh keine sau hier kann man dann zu zulassen das mit benutzerfreigabe das sagt mir jetzt gerade nichts kann ich auch noch mal testen und dann hat es hier halt ein wie gesagt oder wie man auch sagen kann ein ja du darfst oder nein du darfst nicht fällt hier kann man jetzt zum beispiel sagen nee meine swapper das ist was mit bomben das darf mein junge nicht dann deaktivieren wir das einfach und so kann man das mit jedem spiel machen klar wenn mehr installiert ist geht das zum beispiel ich habe jetzt schon need for speed underground 2 auf meinem pc installiert wird es vielleicht auch noch ein paar let's place dazu geben aber ist ja eine andere geschichte dann kann man hier sagen der darf das immer spielen ist ja nur ein rennspiel kann nicht viel passieren also wir wollen jetzt keine änderungen vornehmen sondern gehen wir mal wieder zurück und dann gibt es hier noch noch ein punkt also da geht es hier noch weiter werde ich euch auch noch alles zeigen zum beispiel hier bestimmte programme zulassen und blockieren wenn man da drauf geht werdet ihr gefragt welche programme darf benutzer verwenden einfach vor computer darf alle programme verwenden oder er war vor computer darf nur die zugelassenen programme verwenden wenn man alle drauf gibt muss man ja auch nichts auswählen oder sagen er darf nur die und die einfach weiß ok wenn man jetzt aber sagt nee der benutzer darf jetzt nur bienemeyer pinocchio willi werke und was weiß ich noch alles was so alles gibt was man so in seiner kindheit offen computer gezockt hat dann kann man sagen er darf das machen und zum beispiel er darf noch word powerpoint und so und firefox blockieren wir ihm internet explorer sowieso und jetzt kann man sich hier ran machen an eine mega lange liste von wegen was er darf und was er nicht darf überprüfen sie die programme die verwendet werden dürfen zum beispiel jetzt hier haben wir hier irgendein beispiel er darf zum beispiel hier er darf zum beispiel ach wo sind die ganzen spiele hier zum beispiel google chrome er darf zum beispiel google chrome benutzen oder hier er darf setup exe von google chrome benutzen ist glaube ich nur update oder zum den installieren nee google update wäre das dann nicht das zum den installieren wahrscheinlich er darf zum beispiel auch noch das hp programm nutzen oder weiter nach unten hier haben wir zum beispiel microsoft office outlook powerpoint und so weiter und so fort die müssen da müssen wir dann überall haken reinsetzen ist ja klar und somit kann man die halt alle sperren so und ich glaube mal so wie es damals bei vista war so kennst ich noch war hier noch irgendwas mit internet da konnte es dann auch noch internet einstellungen sperren geht hier nicht aber ein anderes video zu zum thema jugend schutz wird es noch geben dann testen wir nämlich mal so verschiedene jugend schutzprogramme wie zum beispiel von t online gibt es eins von computerbild gibt es glaube ich eins und so und die werde ich jetzt mal für euch dann der reihe nach testen und euch vorstellen so das war es jetzt zum thema benutzerkontensteuerung oder zum thema benutzerkonten ich hoffe euch hat das video gefallen und bis zum nächsten mal und bis zum nächsten mal